meine herren und damen es ist vollbracht ich bin fix und fertig ich hatte einen puls der ist hochgegangen als ich das gelesen habe masaya okugawa der spieler den ich hier auf den kanal wohl am meisten seit einem jahr youtube vorgestellt habe empfohlen habe fast schon so ein gefühl privatkrieg geführt habe als augsburg irgendwie den holt ich wollte den unbedingt ihr wolltet ihn auch unbedingt es wir haben nicht aufgegeben und jetzt war dieser moment da ich habe ihn jetzt vor einer woche noch mal bei den ablösefreien spieler für fc augsburg vorgestellt als immer noch enorm spannenden spieler für uns weil jetzt noch ablösefrei 10er bundesliga erfahrung beidfüßig quirlig relativ schnell kann auf allen seiten spielen ich wusste schon ich habe einfach schon gar nicht mehr daran geglaubt aber ich wollte einfach noch mal vorstellen dass man hier noch mal ein auge drauf wird wirft und jetzt haben wir uns scheinbar wirklich durchgesetzt steffen baumgart wollte diesen spieler ja auch unbedingt nach köln holen ich weiß gar nicht ob ich ich bin wirklich nur noch glücklich jungs ich möchte so viel kommentare und daumen nach oben hier haben von euch dass ihr wirklich das ist wirklich unglaublich ich das ist wie als hätten wir diesen spieler verpflichtet so fühlt sich gerade an boah bin ich gerade happy masaya okugawa ich weiß gar nicht ob ich ihn überhaupt noch vorstellen soll ich habe so viel über diesen spieler gesprochen dass glaube ich alle schon ein burnout hier auf dem kanal haben ist ich bin einfach nur happy ich lese euch erstmal das ding hier vor aus die augsburger allgemeine schreibt danke hier auch an die news der augsburger allgemeine der partner masaya okugawa soll beim fußball bundesligisten für mehr variabilität im angriff sorgen endlich der 27 jährige kommt ablösefrei und wird drei jahre unterschreiben also drei jahres vertrag auch eine tolle sache 27 sehr gutes fußball alter bringt auch jetzt eine gewisse erfahrung mit hat in diesem jahr auch in 30 spielen meine ich waren es 15 scorer punkte gehabt obwohl bielefeld abgestiegen ist also das ist richtig gut zehn assist fünf tore gibt uns assist und tore ich werde dazu noch später noch was sagen was ich aus bielefelder kreisen über ihn gehört habe ich hatte ja da schon kontakte zu bielefeld hat so reingesteigert habe ich mich bei diesem spieler der fc augsburg bastelt weiter an einer neuen mannschaft für die neue bundesliga saison nach information der redaktion werden die augsburger okugawa verpflichten drei jahres vertrag hammer letzten details letzte details sollen nächste woche geklärt werden sind noch zu klären so steht etwa der medizin steckt noch aus ehe der vertrag wohl in der nächsten woche unterschrieben wird herrlich vielleicht wird er auch mit den trikots vielleicht wird er mit tim bereithaupt zum beispiel bei der vorstellung der neuen trikots dann ja auch involviert sein das kann ich mir gut vorstellen mit okugawa kommt ein vielseitiger offensivspieler der in der abgelaufen saison in 30 partien fünf tore und zehn vorlagen beisteuert der 1 meter 77 groß sehr wendig um vor allem beidfüßig beidfüßig was eine gewisse variabilität verspricht seit juli stand in bielefeld unter vertrag und musste zwei abstiege miterleben in augsburg soll ihm das nicht passieren und bei breithaupt übrigens auch keine bonuszahlungen laut augsburger allgemein jetzt mal noch ganz nebenbei auch wahnsinn also man kann jetzt sagen was man will das ist wirklich für mich ein transfer über dem ich mega mich freue ich glaube ihr merkt es auch ich bin total aufgeregt ich kann kaum so seriös runtersprechen wie ich sonst mache ich bin wirklich überglücklich ich habe wirklich es ist so eine erleichterung weil das ist etwas was uns fehlt wir haben ja auch mit jacel kuh der war ja ein ähnlicher zehner typ hinter den spitzen enorm gute erfahrungen ja hier gesagt gesammelt allgemein mit asiaten haben wir ja schon öfters es probiert und es lief gar nicht immer so schlecht muss man wirklich so sagen und jetzt haben wir so einen quirligen spieler der links außen rechts außen spielen kann hängende spitte zehner vor allem steckpässe spielen kann und das ist meine information aus bielefeld ich habe glaube ich schon beim letzten video erwähnt ich habe damit drei bielefeldern kontakt gehabt immer wieder gefragt hey wie findet ihr den denn die haben auch alle gesagt die hatten in der liga nichts zu suchen es eigentlich zu gut ist aber jetzt auch ein spieler also man es über es gut bundesligarei viel zu gut für die zweite liga haben ja alle bestätigt und der passt auch der wird uns auch helfen aber auch um eine kleine negative sache aufzuzählen er hat auch spiele gehabt wo er ein bisschen untertaucht aber auch bei den untergetauchten spielern immer wieder dann aus dem nichts ein assist geliefert sie mal sieht man auch seine qualität der findet dann irgendwann im spiel schon öfters den raum und steckt dann den pass im richtigen moment durch oder hat eine aktion selbst in den schwachen spielen es gibt auch spiele wo er halt natürlich nicht performt aber an sich ist er ein toller spieler gerade diese beidfüßigkeit und hinter den spitzen es fehlt uns ja extrem und flügelfähigkeit relativ schnell trippelschlag quirlig intelligent guter spieler ich lasse es dabei ich lasse es einfach glaube ich dabei heute zwischen den räumen gut einfach das was uns fehlt mein gott das ist ein transfer wo ich war überhaupt noch nie so happy klar werden auch paar sagen aus der zweiten liga aber leute der hat überragend da gespielt das ist das sind top stats er ist bei einer mannschaft die abgestiegen ist hat der 15 scorer punkte gemacht die augen scheinen nicht dieses ja überhaupt nicht als team funktioniert hat und der hat ja auch bei salzburg gespielt also das ist jetzt nicht jemand der irgendwie keine ahnung hat wie man bundesliga spielt er kennt das tempo er weiß was ihm da blüht und der wird uns helfen da bin ich da lege ich meine hand ins feuer das ist ein transfer den ich unbedingt wollte da stehe ich auch zu und ist eine super sache wir waren schon scheinbar ja im letzten sommer an ihm dran da haben wir uns ihn ja auserkonnen als absoluten wunschspieler bis zum letzten sekunde haben wir gehofft dass er noch kommt und da ist es scheinbar eine ablöse gescheitert weil bielefeld wollte nicht runtergehen die hatten eine klausel von fünf millionen da haben sie gesagt zahlt sie die fünf millionen kriegt sie eben sonst nicht die ausstiegsklausel war da und durch den abstieg von bielefeld ist jetzt einfach so gekommen dass man diesen kick halt noch ablösefrei bekommt deswegen musste ich ihn auch unbedingt noch mal in dieses video reinpacken dass man sich das wirklich noch mal überlegt ob man hier nicht attackiert weil wenn ihm baumgart will ich sage immer die kölner haben irgendwie sind immer auch an den spielern dran wo wir interessieren sind sehr ähnliches beuteschema zumindest sehr ähnliche gerüchte haben wir und ich habe einfach gehofft dass wir uns hier noch mal einschalten es probieren weil wir schon diesen vorkontakt scheinbar im letzten sommer hatten da das war so ein bisschen meine hoffnung und scheinbar hat das hier gereicht um okugawa zu überzeugen man muss auch ehrlich sagen ich kann mir schon gut in den gesprächen vorstimmen überzeugt hat ja wir brauchen genau dieses element wo er hat haben wir nicht so ein spieler typ wie ihn haben wir nicht masaya bitte überlegt ihr das mit augsburg das finanzielle kriegt mal hin ich weiß nicht ob ihr handgeld fließen wird oder so gehalt wird der ordentlich kriegen ist ja auch jemand der schon ordentlich auch verdient hat allgemein auch in bielefeld und bei den voradressen aber schwamm drüber ich bin überzeugt dass er uns hilft ihr könnt mir gerne mal schreiben was ihr von dem transfer haltet ich habe wie gesagt fast nur positives über ihn gehört man kann nicht über jeden spieler nur positives sagen das geht nicht die sache die negativ war war hauptsächlich dass er auch spiele hat wo er ein bisschen untertaucht aber da haben wir in jedem spiel mehrere spieler die das bei uns tun und sogar in den spielen wo er blass war hat er es immer wieder geschafft aus dem nichts seiner mannschaft mit irgendeiner aktion zu helfen die komplett überraschend ist der hat setzt sich auch manchmal so eine eckfahne durch kann wirklich spieler im 1 gegen 1 stehen lassen einfach schwierig zu verteidigen ordentlich den distanzschuss hat er auch ordentlichen kein absoluter fernschuss dabei kann es aus der distanz was halt an ihm einfach so gefährlich ist die beidfüßigkeit weißt nie ob er links oder rechts vorbei geht und kann dadurch natürlich auch creating situationen er hat den ball und die anderen können sich schon orientieren in den laufweg gehen demigit steil bellocom kurz massaya kann dann einfach das für uns einfach steuern also ich glaube ihr habt es gemerkt ich wollte nicht so seriös wie sonst kann ich nicht ich bin einfach über happy eure meinung jetzt in die kommentare und ich sage tschau freut euch einfach das ist für mich ein top transfer kompliment an unsere verantwortlichen breithaupt auch sehr billig bekommen scheinbar wirklich keine bonuszahlungen richtig stark und weiter geht es weiter weiter pipi soll uns jetzt scheinbar auch die nächsten stunden verlassen dann haben wir noch ein bisschen mehr geld und schauen wir mal was noch passiert also müssen schon noch ein bisschen was tun gerade auf der schiene aber der 10er ist erst mal erledigt sehr gut